So, erst mal YouTube checken. Yo, Gamerbrother hat auf dich reagiert. Gamerbrother? Aha. Muss ich mir angucken. Nein, fuck, ich weiß glaube ich sogar, welchen Short-Typen ihr meint. Nein, das ist nicht dieser cringige Fußball-Spaß. Äh, okay. Den hab ich auf der Startseite gesehen und mein Gehirn verloren. Ja gut, das kann ich sogar nachvollziehen. Und ich geh schon immer auf, interessiert mich nicht, nicht mehr vorschlagen. Das ist mir trotzdem angezeigt. Hello darkness, my old friend. So, das war genug Internet für heute. Wie gesagt, gar kein böses Blut, ne? Also, wenn der Kollege das jetzt hier gerade sieht, den Stream-Ausschnitt. Falls du das hier siehst, keine Sorge, alles gut, Simon. Jeder hat einen anderen Humor. Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Und das ist auch gut so. Ja, Digga, es gibt ja sogar Leute, die Dortmund-Fans sind. Ja gut, aber ich glaub, da sind wir uns einig. Das geht entschieden zu weit. Ach so, und Glück auf.